Ein Krankenhausparkplatz in Australien. Ein Auto, eine Frau und eine Geburt. Denn dieses Baby hat offenbar nicht mehr warten wollen. Und so erblickt es das Licht der Welt an der frischen Luft und nicht im Kreißsaal. Die Schwangere ist auf dem Weg ins Krankenhaus zur Entbindung, als die Wehen zu extrem werden, das Baby nicht mehr warten möchte. Ihr Mann hilft den Ärzten und Schwestern so gut es geht bei dieser außergewöhnlichen Spontangeburt. Gefilmt wird dieser so natürliche Vorgang mit einem Handy. Die frischgebackene Mama stimmt der Veröffentlichung zu. Alexa würde es gerne sehen in der Hoffnung, andere Frauen da draußen zu inspirieren und zu zeigen, wie stark sie als Frau sind, sagt ihr Mann dazu. Kind und Mutter geht es gut und so wird die ganze Welt Zeuge dieser Geburt auf einem Krankenhausparkplatz in Australien.